Hallo und herzlich willkommen, liebe Neonail Beauties. Mein Name ist Leonie und ich zeige euch heute meine Insider-Tricks als Nagelstylistin. Schadet UV-Lag den Nägeln? Nein. Bei korrekter Anwendung der Produkte brauchst du dir keine Sorgen um den Zustand deiner natürlichen Nägel zu machen. Eine Ursache für kaputte Nägel ist das unsachgemäße Anmattieren. Bei korrekter Ausführung werden nur die ersten drei Schichten der Nagelplatte entfernt. Bei korrekter Anwendung werden die Nägel ganz leicht mit einem Buffer anmattiert. Abschließend sollten Nägel und Nagelhaut mit einem Öl gepflegt werden. Habt ihr noch weitere Fragen zu UV-Nagellackmaniküre, dann lasst mir doch einfach unten einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, eure Leonie. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.